Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute gibt es mal ein Gameplay Video von Helder Evers 2. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr halt auch so Tipps und Tricks und so weiter, Guides zu dem Spiel haben wollt, sehen wollt und auch wenn es ein bisschen spät ist damit anzufangen, weil es mittlerweile wahrscheinlich so tausende Videos davon gibt. Sorry, ich war in der Paywall-Sucht also und naja, genießt das Gameplay und in der Laufe der Tage kommen immer wieder Gameplay-Folgen so und ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Eddie Klo-Klo-Spülung. Und rein da. Digger, Luke und ich waren gerade einfach so kohlen. Where do we go? Should I go or should I go? Wollen wir hier hingehen und dann den Kreis laufen, bis wir wieder da sind? Ja, ja. Machen wir. Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Ja, ich habe auch nur die Gruppe Richtung gemacht. Ah, falscher Knopf. Das ist... Das ist und das ist. Den vierten... Booster habe ich leider nicht. Da kann ich euch nicht bedienen. Ich nehme jetzt auch einfach die Expendable Anti-Tank, weil... Ja, was bringen eigentlich die Booster einfach mehr EP oder was? Ne, 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 ähm... Meiner bringt dir jetzt quasi, dass du mit vollem Magazin sponst. Sonst kriegst du aber die Sponsoren im Magazin anstatt sieben. Ähm, und... Leon seiner Schrägstrich. Basti seiner Lutz auch dafür, dass wir mehr Leben haben. Ja, warnt man mit Spar gerade auf meinen neuen Fügel. Ich muss 40 fucking Medaillen sparen, damit ich ihn holen kann. Äh, dann gibt es noch einen, der dir mehr Stamina gibt. Es gibt noch einen, der dir schneller Deploys macht, bin ich der Meinung? Äh, ja, es gibt einen, der so mehr Deploys hast. Ja, aber auch nur einen? Ja, ist auch voll dumm, oder? Glück, dass man noch einen mehr hat, ne? Man hat dann immer noch einen ersten Deploy. Ja, 21, super. Ja. Und ihr glaubt, irgendwas mit Slanted Drims gibt's auch noch. Oh, ich hab meine... Waffe vergessen. Ja, vielleicht können sie nicht hier holen. Regie, die, 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 ähm... Die... Stallwort? Ja. Egal. Hä, was hast du denn, Dunnelstruck, der Stable World? Ich hab viermal... Zweimal Anschläge... Und zwei Orbita... Eigentlich dreimal Orbita... Ja, also Anschläge ist halt kacke. Da braucht sich immer nur einer von. Weil... Ich hab einfach nur geklickt... Ähm, von den Anschlägen... Das Problem ist, dass dein Schiff wieder laden muss. Wer hat den Charger angeschossen? Ich nicht. Der möchte wieder angelesert. Ja, danke dafür. Wer auch immer den Charger angeschossen hat, ist ein Bastard. Und dann wirft da auch noch wieder einer an Orbital auf mich. Der ist wirklich Brutlust, der Obi. Oh, 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 oh! Ich renn. Eine Brutmutter und ein Charger an meinem Hintern kleben, ja man Liebe der Get this is Busty, get this is So, können wir jetzt endlich zum fucking Dings gehen Go go Power Rangers Der ballert ja eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend Luke, mit seiner, äh, wie heißt sie, Dahlward Ich hab gerade auf die Viecher geschossen, die Zeuge Geht da nicht rein, geht da nicht rein, ich hab Obi-Wan geworfen Die Wiese, Laserdinger Der ist Garthogs, Alter Ich zieh's Garthogs, macht mehr schaden an meinen Schäden als die Gegner was ist die difference deswegen einfach kein schild mit dem denn wenn man nicht getroffen wird braucht man auch kein schild ja ja leon weist halt des tages auf jeden fall ja oh wir haben radar da oben oh hier ist ein fack gegen vorsicht vorsicht wir kommen was runter zerträgt recht gehabt den hast du perfekt getroffen ist doch voll reingerannt oder nicht aber brauchst du wieso war ich was braucht dann müsste ich kurz zu press callen du nicht da bist 24 sekunden dauert das bis sie hier ist es ist ja es hält der planet oder ja muss ja aber das liegt mit sicherheit an irgendwelchen sachen weil eben auf dem anderen plänen war das ja auch so oder liegt es daran dass wir zu viert sind nein 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 eben als wir mit serien gespielt haben war es ja auch weniger schwierigkeit ist es halt auch nicht oder wir haben auf einer höheren schwierigkeit gespielt einen haben wir noch okay das war es jetzt ja ja ist wir weißt du warum ich keine brauche ich die ganze zeit weil ich die ganze zeit munition finde es fühlt sich einfach an als würde ich gerade call of duty black ops 2 spüren wenn ich ehrlich bin ich weil viele waren und auf einmal ja warten ab wenn wir gleich im großen zu sehen dann kannst du mal was rein schießen die an die eine schrotflende die man überall findet ist gar nicht so bad wie man denkt dies nur auf reichweite besser weil das wieder so weil weil die hier basti dies wie die auch gerade vorsicht ja aber er trifft gerade zurzeit ganz gut bin ich ehrlich trotzdem welche er auf die zielten hat ihm gesagt auch hier ist ja noch einer was ist da noch einer fucking charger ja wäre schön wenn du auch mal in ganzen sätzen reden würdest und nicht nur da ist ja noch einer vorsicht digga oh gott ah ha 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 oh luke wurde luke als bowling pin benutzt ich habe ihn ausgenutzt ja der hat keinen arsch mehr arsch offen zerlegt ihn der zerlegt sich selbst sobald der arsch offen ist ist egal dann steppt er sowieso ja lelep is now following hallo lea how are you i'm fine thank you war die matsch hello there wisst ihr wo ich sehr sehr froh drüber bin nein aber das würdest du uns jetzt sagen kein baum stimmt kein baum oh lecker doch hier muss irgendwo ein baum sein ernsthaft wieso weil das hier in der nähe irgendwann mich an lebele ja ich sehe es scheiße scheißen dreck genau das warum 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 wird man nicht verschoben mit dem scheiß auch so nur umknallst du euch oh das kann doch ja ne da geh ich jetzt nicht hin da habt ihr ja ne da fliegt ne da fliegt oh ja das kann gut sein egal au welches scheiß laser erlebe ich diese dinger der laser den habe ich nicht gesehen der war einfach nicht da ne aber diese scheiß guard dogs machen mir mehr schaden als die scheiß gegner musst du einfach nicht rein laufen die schießen mich ja nicht andersrum lüge äh die munition wird bei mir langsam ein bisschen knapp musst du noch warten no digga schon wieder Magger Leute Maggazin Pasti hier wird es gleich ein du bist auf g4 oder ja du die Freiheit schlägt nicht Munition alle oh da ist auch ein Schadwergespawn so wie ich das irgendwie hört ja der wird grad schön zermürbt von deinem Orbitallaser ja ja warum seid ihr schon so weit weg weil ich den ich bin einfach mit einem mitgeroll ich äh ich such den Baum die ganze Zeit und Luke weiß nicht was er hier macht Digga aber es gibt einen Baum leer und klar es gibt keinen Baum einfach spazieren gegangen muss aber da oben ist ein Bunkel es ist einfach nervig kacke bescheuert hier ja ja doch aber hättet auch einfach hier bleiben können ähm Zedrick komm her wir müssen hier die Gegner noch ausradieren Basti es kann doch nicht sein dass du nirgends wo ein fucking Baum ist was ist Basti du Zedrick renn doch nicht weg ja wieso was machst du denn hier ist ein Bunker du Keck Doppeltür Doppeltür ja Doppeltür was sagt das doch mein Junge da haben Bunker gefunden danke dass ich mich nicht stimmen kann ach holy shit Zedrick meine Güte ist der Baum kaputt ja der Baum ist tot ja der Baum ist kaputt der Nebel sollte sich jetzt nicht jagen Luke würdig wären ne nem cooler Reweifert wäre ganz cool äh ich schmeiß dich mal in Luke's Richtung einfach mhm ja so einen starken Wurfarm hab ich nicht diese äh über mir ist doch ein hässlicher Führer äh 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 Führer wo? ne ja sie spielen es gerade ha 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 gleich nicht mehr ich hab doch nur Führer gesagt das ist doch äh 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 lass mich in Ruhe du Pisa du äh äh halloo ist irgendwann sauer auf uns warum dann hinter dir ja auch immer T2 ist ich Luke vermutlich er ist Luke ich hab keine also ja wo war denn jetzt überhaupt die äh Doppeltür da Leon Augen auf ne ich hab grad eine auf du brauchst glaub ich ne bessere ja ich glaub auch Boah schöne Auf der war lecker doch Munition 5 2 2 2 die ganze Zeit so ein Todesstern und hier oben kleben Richtig unwichtig. Richtig unwichtig, richtig. Richtig unwichtig, richtig. Ha? Hä? Lea hat gesagt richtig unwichtig und ich habe halt richtig unwichtig draus gemacht. Das Ding extrem nervt. Oh, hallo. Luke, noch mal Abstand bitte. Wir anderen bitte auch. Geh weg. Nein, nein, nein. Oh, ich liebe das Schild. Luke, geh weg. Du stehst direkt neben einer anderen Hellbomb. Ich habe immer noch Damage gemacht. Einfach nächstes Mal sagen, wie was aussieht. Also, ich kenne das Spiel immer noch nicht. So, ne. Holy Level 8 und trotzdem nicht wissen, was eine Hellbomb ist. Ich meine, wie... Au. Wie? Ja. Weiter. Ich meine, auf dem Boden. Wie, also... Achtung, da kleidst gleich gewaltig. Zerrick! 5.08. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich leb doch noch. Geht da weg, 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 geht da weg. Digga, sieben Sekunden, Alter. Echt schlimm. Wo? Oh, Digga. Ja. Ja. Er steht jetzt auch drinnen. Complex Strategium Plotting. Gibt's... Ist auf dem Planeten. Was steht da? Komplex-Strategium-Plotting Wenn du Tab drückst Achja, es gibt irgendwo auf der Map Wahrscheinlich bei anderen Spielern Ein Ding, was man zerstören muss, damit die Strategiums für alle schneller kommen Ja, super Müssen wir wahrscheinlich suchen oder nicht? Achja, ist das nicht gerade Pelle, die wir jetzt zerstören oder sowas? Illegale Übertragung ist hier Nee, das ist ein großer Tower, der rot leuchtet Den man einen zerstören ist, ja Hat nicht funktioniert, eigentlich reicht das, wenn man das Ding kaputt bombt Was denn? Das Ding kann man auch kaputt bomben und dann geht das schneller Egal, mach das doch einfach vernünftig Oder man bombt es kaputt Ich bin am Terminus! Ja, aber was gibt mehr XP und Punkte, ist jetzt die Frage Äh, Pile und die Schill Nur dafür Okay Wir sind natürlich ein bisschen lost Da ist ein Charger Hab ich schon gesehen! Echt? Da sind zwei Charger oder das ist nur einer? Ne, einer Vorsicht! Da kommt was rein Hoff ich Ja, in sieben Sekunden Ja, in sieben Sekunden Siehst du was habe ich gesagt, Liam? Ich habe den Arsch geschossen Ach, wird gebombt Gleich geht Brutmutter 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 Keine Brutmutter mehr Ich weiß, habe auch den Arsch geschossen Schade Hä? Oh, Luke Basti, hinter dir Digga, wer hat er wieder so behindert den fucking Orbi gesetzt? Wollen wir auch noch Was? Achso Deiner hat den aufgefangen Scheiße Ich lauf mal weiter Oh, hallo Brutmutter Alles explodieren Let's go Es ist halt wirklich Du kannst die Brutmutter Einfach schneller töten Wenn du beide Beine abschießt Dann sterben die schneller Ja, dann brauchst du die ja nicht mehr töten eigentlich Schießt die beide Beine ab, lass sie liegen Ne, die sterben halt dann Was hast du ja gemacht? Heldal, was sterben? Nie Hier ruft keiner Verstärkung, bitte Oh Die, bitch Oh, Alphalerie Geil Ich glaube, Lukas ist gerade auch einfach eingepennt Der Mann wollte eigentlich wiederkommen Ich weiß sie nicht Was denn? Ich hoffe, er wiederkommt Ich hoffe doch Er hat gesagt, ich bin noch TTT heute Oh, ne Star Wars Ne Ich bin heute den ganzen Nacht der Helldivers Ach ja, na Ach ja Ach ja How about no How about yes How about no How about yes How about no Oh Heuleboje Heuleboje Einen noch Nein, du kommst jetzt nicht hier rüber Fodere Orbital Schlagern 17 Korrid 10 Sekunden Alter Buckbreach ... irgendwo? Wo? Bei uns Habt ihr bei euch dann einen Radaturm? Oder was ist das? Nö, Bombe Sief, Artillery Sief ist durch, wir können laufen Ja, wir sind schon unterwegs Ah ne, scheiße, wir müssen die ja noch aktivieren Machst du? Versuch Kannst du vergessen Ja, 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 kannst du vergessen Warum? Wirst du angegriffen oder was? Eventuell, weil hier eine ganze Armee um mich rumsteht Ja, da war ja auch gerade ein Bug nicht Gleich nicht mehr, ist gleich gecleared Das Ding quer bedrücken kann sie jetzt Eigentlich Na, ein paar sind hier noch Du schützt mich Okay Ja, ganz gut, wenn du es auch wirklich tust Gerade vier Seiten gleichzeitig verteidigen Wer ist für Granate? Ah, jetzt sind wir für die weg Ich hab so um die 13, äh, wie heißt das, Rare Samples Ja, 14, nur 12 Naja, 18 Achtung, Kinder, dir ist ein dicker Ja, ich los Ich geh schon mal zum, zum Exit Ja, ich lasse ihn einfach chillen Digga, rauf, Tochtu, Sack Die ganze Zeit in den Schwanz wegzuschießen So einen dicken Schwanz So einen dicken Schwanz Log ihn mal Erste, diese Guard Docks so sehr Ah, deswegen ist auch das Shuttle inbound so lange Ja, klar Na klar Oh Gott Das haben wir doch jetzt schon festgestellt Der kann aber auch manchmal nicht zuhören, ne Manchmal hat er eigentlich nie so nötig Oh Also der Charger charget niemanden mehr Also der Charger charget niemanden mehr Ja, du bist wieder rübergedyft, ne Ich sehe das hier aus hier Was ist denn da? Ich weiß es nicht. Guten Tag. Robin. Hallo Robin. Ah, was geht's hier ab? Heldig. Oh. 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 Oh, das ist die Alarm. Fünf Sekunden, Digga. Alle hingen wir in die Richtung. Egal, die 500 Kilo Bombe. Was ist denn so was schaffen, der Laden hier? Einfach genauso schwer wie Dixler war. Das ist ein Zitat, Digga. Das lustige... Du clippt das. Diese eine komplette Mission aufgenommen. Also ich nehm gerade auf und das ist so fett drin. Digga, clippt. Ich hab das in meinem Stream, das kannst du auch noch clippen. Die 500 Kilo Bombe, die ist so schwer wie Dixler. Holy fucking shit. Oh man, ey. Ich bin gekocht. Oh, da kommt ein Charger. Nein, warum ist Basti denn jetzt weg? Ich erschieße ihn gleich, damit ich dann fucking... äh, hier Rifle habe kann. Vorsicht in der Mitte. Oh ja, ich fang's ab. Das geht doch nicht. Holy shit. Holy fucking, wer hat mich da... zerbombt? Gemutlich. Nein, ich hab nix geworfen. Ich hab nur den Orbitalangriff, der jetzt eingepflegt. ETA-Team, Minus One Minute. Boah, ich dachte grad, ich bin genau auf dem Sattelieft gelandet. Digga, das ist so... Äh, sorry, aber ich muss hier unbedingt einen Aufschub holen. Werfe Vorratsparken! Wer wird danach still in meinen Hintern geworfen? Ich. Oh, die fucking Schuss. Ach ja, die Dinge... Oh, nee, ich vergesse das immer. T-minus 30 Sekunden. Robitalflag! Ankunftszeit T-minus 20 Sekunden. Ankunftszeit T-minus 10 Sekunden. Landezone räumen. Das ist wieder ein Breach, Bugbreach. Ich möchte einmal kurz noch meinen Psychopathen raushängen lassen. An 1 am Zielort angekommen. BOOM! Danke Leon, du hast einfach meinen Kopf abgesprengt. Das war... ...mein Torso liegt hier einfach nur noch rum. Das war nicht meine Bombe, kann uns bitte wieder jemand beleben? Meine Güte, welcher Retard hat da grad ne Bombe reingeworfen? Aber er hat wohl so ne Bombe. Schade. Warum?! Das war nicht mal mit Absicht, what the fuck. Das war nicht mit Absicht! Das war nicht mit Absicht! Wer hat da grad Igel gesetzt. Wer hat da grad Igel gesetzt. Oh fuck. Maaan. Das war echt nicht mit Absicht. Sorry Basti. Das war echt nicht mit Absicht. Sorry Basti. Hey bitte Luft und versteckt uns! Figger. Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Ich hab's nicht mehr geschafft. Hä? Ich auch nicht. Warum ist er so schnell da geflogen, what the fuck? Weiß ich nicht. Und welcher Figger hat ein fucking... Ne, wir sind alle nicht drin. Ich weiß nicht welcher Vollidiot da eigentlich ne fucking Bombe auf uns geworfen hat. Ja, Waller-Krise. Meinst du die euch alle zwei verreckt haben? Ja. Ja, ich. Ja, wieso? Ja, weil wir jetzt keine Samples mitgenommen haben. Ich hatte alle Samples. Hey, Digga! Ich hab doch gesenkt, Vorsicht, aber gut. Nicht laut genug. Ich hab aber gar nicht das Gefühl für einen Tag mit dem Krieg geflogen, aber nicht der Na ja, das war das Fog und dann hab ich dir zu, wenn du dich in den Krieg hoch bist. Ja, da hast du irgendwie nicht zu dir concurriert, hab ich nicht zu mir genug gekriegt. Ich hab's nicht in den Krieg auf die ganze Zeit. Ich hab's nicht in den Krieg gekriegt, aber was ich hab. Das ist nicht in der Luft. Ich hab's nicht in der Luft. Aber was ist dabei, wieso? Das warpassen, was ich mich trotzdem mit mir gefragt. Was ist es jetzt mit der Welt? Da баб está. Vielen Dank.